Börse am Abend. DAX gibt zum Börsenschluss Gewinne ab. Börsenbericht. Der deutsche Aktienindex DAX hat am Mittwoch einen schwankenden Handelstag erlebt, der schließlich in einem leichten Verlust mündete. Nach anfänglichen Gewinnen gab der DAX in den letzten Handelsstunden nach und beendete den Tag mit einem Minus. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den optimistischen Erwartungen vieler Anleger zu Beginn des Tages. Die Hauptursachen für diesen Rückgang waren unter anderem Unsicherheiten bezüglich der globalen Wirtschaftsaussichten sowie Gewinnmitnahmen der Anleger nach einer mehrtägigen Aufwärtsbewegung. Trotz der zunächst positiven Impulse aus Asien und den USA konnte der DAX seine Gewinne nicht bis zum Börsenschluss halten. Der DAX eröffnete den Handelstag mit einem Plus und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 5.500 Punkten. Zu diesem Zeitpunkt gaben positive Konjunkturzahlen aus den USA und ein starker Handel in Asien den Takt vor. Doch im weiteren Verlauf des Tages gerieten die Märkte unter Druck. Experten führten dies auf die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung des chinesischen Immobilienmarktes zurück und auf die anhaltenden Sorgen um eine mögliche Rezession in den USA. Neben internationalen Einflüssen spielten auch unternehmensspezifische Nachrichten eine Rolle. Beispielsweise verzeichnete die Aktie der Deutschen Bank Verluste, nachdem bekannt wurde, dass das Finanzinstitut mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist. Ähnlich erging es den Aktien von Siemens, die nach schwächeren Quartalszahlen unter Druck gerieten. Bernhard Baumüller, ein bekannter Marktanalyst, erklärte, die Märkte sind derzeit sehr volatil und es gibt viele Unsicherheiten. Investoren reagieren sensibel auf neue Informationen und tendieren dazu, schnell Gewinne mitzunehmen, um Risiken zu minimieren. Er fügte hinzu, dass dies ein typisches Verhalten in unsicheren Marktzeiten sei. Trotz der gemischten Signale auf dem Markt gibt es auch positive Nachrichten. So konnte der Technologiebereich zulegen, wobei insbesondere die Aktie von Infineon von starken Nachfrageprognosen für Halbleiterprodukte profitierte. Auch die Aktie von SAP zeigte sich robust, gestützt durch optimistische Analystenkommentare und positive Geschäftsaussichten. Die internationalen Märkte zeigten ebenfalls ein gemischtes Bild. Während die Wall Street zur Eröffnung noch optimistisch war, drehte die Stimmung im Verlauf des Tages. Der Dow Jones verlor an Boden, während der Nasdaq-Komposite sich stabiler zeigte. Diese Differenzen spiegeln die Unsicherheiten wider, die viele Anleger derzeit plagen. In Asien gab es ebenfalls verschiedene Entwicklungen. Während der Hang Seng in Hongkong Verluste hinnehmen musste, konnte der Nikkei 225 in Japan leichte Gewinne verbuchen. Die Unsicherheit bezüglich der chinesischen Wirtschaft und der regulatorischen Maßnahmen der Regierung beunruhigte viele Anleger, während in Japan positive Unternehmensnachrichten unterstützten. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro zeigte sich derweil stabil, obwohl auch hier Schwankungen zu beobachten waren. Anfangs konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar zulegen, musste aber im späteren Verlauf des Tages seine Gewinne wieder abgeben und notierte zuletzt etwas schwächer. Wichtige Einflüsse waren dabei die Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Energiepreise blieben weiterhin ein bedeutender Faktor für die Märkte. Der Ölpreis erholte sich zunächst, bevor er wieder nachgab. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheiten bezüglich Angebot und Nachfrage wieder, insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und Produktionsentscheidungen der OPEC. Auch der Goldpreis konnte von den Unsicherheiten profitieren und legte im Tagesverlauf zu. Als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten bleibt Gold für viele Anleger attraktiv, insbesondere wenn Aktienmärkte volatil sind und Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten bestehen. Insgesamt bleibt die Lage an den Märkten angespannt. Anleger sind gefordert, ihre Portfolios genau zu überwachen und flexibel auf neue Informationen und Entwicklungen zu reagieren. Die nächste entscheidende Woche steht bereits bevor, in der sowohl wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden, als auch Unternehmenszahlen präsentiert werden, die die Märkte weiter beeinflussen könnten. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der DAX nach einem schwankenden Handelstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen ist. Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft, spezifische Unternehmensnachrichten und Gewinnmitnahmen waren die Hauptfaktoren, ist das, die zu dieser Entwicklung beitrugen. Trotz positiver Impulse zu Beginn des Tages konnte der DAX seine Gewinne nicht halten, was die derzeitige Volatilität und Unsicherheit an den Märkten unterstreicht. Untertitelung des ZDF, 2020